Hostet war eine gesellschaftspolitische Performance, die wir gemeinsam 2008 bei der Regionale realisiert haben. Und dort haben wir mit meinem Heimatstorf, mit einer 700-Einwohner-Gemeinde zusammengearbeitet, über ein Jahr. Und mit Kunstleihgaben von Kunstwerken der modernen und zeitgenössischen Kunst, die in privaten Haushalte kamen. Insgesamt waren 21 Haushalte, die sich bereit erklärt haben. Für eine Woche lang ihr Privatraum zu einem Museum zu machen.